Neu in Forge of Empires? Hier mein dritter Tipp. Sobald die Technologie Konstruktion erforscht ist, kann das erste kulturelle Gebäude errichtet werden. Der Steinkreis. Ab sofort sollte die notwendige Zufriedenheit vor allem durch diese kulturellen Gebäude gedeckt werden und alle Dekorationen sollten entfernt werden. Das fällt einigen Spielern schwer, da Dekorationen so handlich sind. Schließlich brauchen die keine Straßenanbindung. Aber sie nutzen die Hilfe anderer Spieler nur sehr schlecht aus. Deshalb müssen alle Dekorationen unbedingt weg.